Mein Name ist Jennifer Hunkler, ich bin 30 Jahre alt und ich komme aus Ödigheim. Mein Name ist Felix Rittler, ich bin 26 Jahre alt und komme aus Bietigheim und spiele in Ödigheim im Orchester. Also unser Verein das Mandolin- und Gitarrenorchester Ödigheim ist ein sehr familiärer Verein. Einerseits dadurch, dass tatsächlich einige Familien über mehrere Generationen mitwirken, aber auch aus dem Grund, dass neue Mitglieder sehr familiär aufgenommen werden. Das Musizieren im Verein macht für mich besonders, musizieren und nicht nur zusammenkommen zu musizieren, sondern auch noch für ganz viele andere Dinge, um gemeinsam was zu unternehmen, um auch mal abends nach der Probe zusammen zu sitzen. Und das ist auch das, was es für mich ausmacht. Wir haben tatsächlich über, also Jung und Alt sind integriert und es ist tatsächlich so, dass jeder mit offenen Armen empfangen wird und jeder mit jedem auch offen umgeht, also auch orchesterübergreifend. Wir haben jetzt zwei Nachwuchsorchester, unser Hauptorchester und auch das Freizeitorchester, in dem eher Senioren aktiv sind. Aber das ist, ja, jeder ist mit jedem offen im Gespräch und jeder ist herzlich willkommen. Die Musik begeistert mich, weil die eine gewisse Emotion da drin liegt. Das ist auch was, dass man sonst nicht hat. Auch beim Musikhören ist es doch nochmal ein deutlich, ein deutlich anderes Gefühl, als wenn man jetzt letztendlich auch selbst musiziert. Die Literatur, die wir im Orchester spielen, ist sehr divers. Das heißt, wir spielen eben nicht nur klassische Musik, sondern auch teilweise sehr moderne Musik. Und dadurch ist das Musizieren sehr vielseitig bei uns im Orchester.